natürlich nicht hallo sissi und cassie und melanie haben auch hupen also nein du hast mich vergessen warte mal ich denke du hast da so was kleines was man tätschen soll jetzt bin ich verwirrt muss dich mal entscheiden oder hast du nur in aion so einen kleinen schwengel und bei glatt designs hast du titten genau okay läuft bei dir muss ich mal sagen das habe ich dann haben wir schon mal die ersten das habe ich nicht warum hey das habe ich doch hergestellt heavy duty play tier 2 heavy duty play tier 1 ich bin jetzt ganz verarschene ja bestimmt die gelbe wolle haben wir dann kann ich die auf jeden fall schon mal herstellen ich habe heavy duty play tier 1 ich habe heavy duty play tier 2 ich muss noch mehr fucking stahl herstellen das kratzt mich so an ich habe ja sonst nichts zu tun hier so habe ich einen stone bricks der eingesammelt weil ich da was abgebaut habe um dafür hinzukommen aber es muss das sowieso eins runter bauen weil es dort nicht hingeht bei den wir haben extra ein mülleimer soll ich den jetzt nach hier unten verfrachten aber wir könnten hier unten noch an die haben wir doch eine kiste die einsortiert ich hasse immer noch diese sterne ich hasse ihn ich guck mal da kassi ich hasse diesen stern merken doch was du engl das ist so viel platz so jetzt muss ich hier hinter und das mal austauschen dann bin ich mal gespannt ja geil ja wir verstehen nicht tyrox ich habe nether quartz bekommen ich brauche irgendwas was strom herstellt was strom herstellt ein stern ja was außen ja na ihr habt doch da so dieses komische ding was man aus einer quest gekriegt hat was jeder kriegt was na diesen äh quantum entropie acellator ach da vom das generiert so wenig strom ja da müssen wir mal gucken wie das bei co2 und so weiter aussieht ja das mach ich jetzt mal wir sind ja hier nicht dran du ganz ehrlich eigentlich können wir die base instant abreißen weil die kommen wir sowieso nicht mehr irgendwie warum kann ich da keine blöcke platzieren weil das doch nicht geht ähm ike weißt du was du willst ja das neck ich mir jetzt da viel spaß warum ne ne so naja dann haben wir halt auch schon mal sowas ja soll ich schon den dritten eimer füllen da ja ok cool ich hab's gesehen denk ich schön und wie machen die strom hoch bloß über den stern aber die haben eine volle kapazität der bank mhm zwemel ja weil der hier volle ist ja tu ganz ehrlich dann nimm dir doch das zeug ich glaub nie dass die noch immer online kommen pvd schon verpasst haben ja das der sieb hier ist nämlich guck der ist nämlich leer vom strom her ja ähm nehm ich mir nämlich auch gleich was aus mach doch also ich würde hier den star harvester gerne nehmen wollen das weil das ist praktisch dann haben weil wir halt bei uns ein bisschen mehr strom verbrauchen durch die ganze automatische lagerung ja 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 ich am hm 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 das das aber ich habe grad mal gesehen das hier unten das 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 Sag mal bitte nichts rausnehmen Cassie. Hast du ein leeres Inventar? Wenn ja, dann komm mal mit. Hier, kannst du leere um die Kiste dort? Was machen die Sachen hier? Die kommen doch nicht mehr online, das ist doch von CO2 und so weiter die Base. Kommen die nicht mehr? Nö, scheint mir so, dass die nicht mehr kommen. Irgendwann wieder, vielleicht haben sie einfach keine Zeit. Du, ganz ehrlich, das ist mir jetzt sowas von scheißegal. Die hatten so oft die Möglichkeit jetzt online zu kommen, Amy ist überhaupt nicht mehr gekommen. Seit drei Wochen, Darkie seit vier Wochen. Ja, warte mal, dann nehme ich diesen Chemical Decompressor und dieses... Warte, wir haben Kisten, die selbst einsortieren? Ja, aber wir haben bei uns selber eine Kiste, die einsortiert. Oh. Zeige ich dir gleich. Wir haben sogar zwei. Na ja. Also hier, die Ärzte könnt ihr euch hier unten snacken, das brauche ich nicht, das Gelomba. Nee, das brauche ich auch nicht. Ui, was gibt es denn hier? Brauche ich. Kuba, gut. Aber die Basic habe jetzt die Kleiderbank, die grüttet ihr mich, ja. Wie macht das? Und den Quantum... Dings. War minimal Strom oder wo? Salz. Ja, hier die Änderleitung könnt ihr euch hoch nehmen. Nemoscope, Decompressor da. Ja. Was war das? Was ist denn ein Circuit Fabricator? Circuit Fabricator? Das war ein Galactic Robb. Das ist mir schon klar. Ja. Hätte ja sein können, dass der für irgendwas besonderes ist. Nicht wirklich. Okay. Ja, das Holz da? Das könnte man ja auch mitnehmen. Wer hat den weggeworfen? Äh, was? Fueled Canister. Ähm, ist das so ein Gelber? Ja. Ja. Ja, der gehört mir. Wenn wir drin sind. Ne, nimm bitte noch eine. Nimm einfach so viel mit, wie du kannst. Ja, zeig mir erstmal die Kiste, die von alleine rein sortiert, bitte. Ja, warte. Komm, musst du mit zu uns kommen? Ja, bin schon auf dem Weg. Dann nehmen wir auch diese Transport-Pipes hier mit. Alles mitnehmen. Ähm, du hast einmal hier oben eine Kiste. Brauchen wir die Transfer-Pipes. Und die Copper-Kiste hier. Und du hast hier unten noch eine Kiste. Das ist dann die hier. Komm. Ey, wenn ganz einfach. Nimm einfach alles mit. Okay. Echt. Wenn, 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 wenn eigentlich schon erlaubt, dann ist es okay. Kraft. Ich denke mal, Calcium haben wir noch doch Hammer. Calcium brauchen wir nicht. Speed. Ach, das ist doch kein Teil hier. Einen Stein hier. Brauche ich nicht. Miep. Miep. Das Riesenteil braucht auch noch Strom. Kann mir jemand da Strom hinlegen? Nein. Miep. 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 Weißt du was wir jetzt haben? Strom. Viel. Gleich. Glaub ich nicht. Sag's jetzt und dann ist die instant leer durch die Maschine. Bitte beschwör uns nicht. Ich hab's aber schon beschwört. Beschwört, beschwört. Ihr wisst schon. Lacht mich nicht aus, das ist wies. Okay, warte mal. Geht das nicht hier auch? Slash kill Tyros? Nein, nein. Das ist das erste mal wo ich dich nicht eigentlich irgendwie so troll mäßig gekillt hab. Ja gut, den Eiseneimer brauchst du hier nicht rein machen Cassie. Die Stromleitung auch nicht. Die Eier brauchst du hier auch nicht rein machen. Den Stern brauchst du auch nicht rein machen. Du brauchst im Grunde nur das rein machen, was hier auch in den Barret schon verteilt ist. Ansonsten sortiert er das nicht ein. Schade. Ja, ist leider so. Dafür haben wir erst einmal die Kiste über Türchen dort. Aber hey, wir haben einen zweiten Stern Dingens, den man verwenden kann. Ach nicht noch mehr Sterne. Ja. Und irgendwo haben wir noch einen großen Stern. Hier ist der rote. Cool. Cool. Wir haben noch mehr Strom für Eike. Ähm. Ja gut. Der zieht mich erst mal instant nach oben. Dann muss man das hier jetzt anders machen. Strom muss jetzt woanders hin. Ähm. Das ist alles hier oben so ein bisschen verzwickt und verzweigt und verwinkelt und verkrabelt. Und keine Ahnung. so. Einen Satz auf jeden Fall hier hin. So. Dann werden wir den anderen da hinsetzen. So. Eins. Zwei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich. Was ist passiert? Also zwei rote Sterne nebeneinander ist nicht gut. So. Okay. Haben wir noch irgendwo Ölfen? Ähm. Keine Ahnung. Sollte ich sowas finden? Bestimmt irgendwo. Ja. So. Ich muss doch irgendwie hier hinterkommen. Ah. Da. Sollte ich sowas finden? Das nicht machen. Sondern. Cassie nimm einfach ne leere Hand. Und mach. So. Und das. Nein. Lass mich gehen. Lass mich. Lass mich. Lass mich doch mal gehen. Mann. Ey. Der hat noch so viel Saft. Das ist ja abnormal. Hehehe. Ausgetrickst du blöder Stern. So. Ja. Das hier oben ist fertig. Haben wir wieder Stahl. Das haben wir. Ich brauche das da. Stahl. Aluminium. Bronze. Stahl. Aluminium und Bronze. Kein Feuerwerk in diesem Haus bitte. Das war ein Erfolg. Das ist da, das ist da, das ist da, oh Gott, das ist sortiert. Irgendwo hat sich doch den Eimer mit Fuel-Gelumpe-Dingsen gemacht. Aber wo? Noch ein Rocket-Fu- Da, hier ist das Gelumpe. Hier sind die Sterne. Scheiße. Ähm, 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 das ist da. Stern. Die hau' ich erst mal da rein. Da lässt sein, dass irgendwas extrem viel Strom verbraucht. Das hieb. Aber gleich so, dass keine andere Maschine mehr läuft? Äh, es sind alle Maschinen an die zwei Sterne angekoppelt und die ganzen Kisten für die Öfen hier, für diese Brennöfen sind alle leer. Da müsste wieder was nachgelegt werden. Äh, weil der Chemical D-Composer kriegt keinen Strom dazu. Äh, weil nicht das Ding da, sondern das Ding da. Das kleine Ding da. Also da. Äh, äh. Hier kriegst du gar nichts Strom dazu. Das ist es ja. Äh, da, 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 wir gucken mal. Jetzt kriegt der Strom. Äh, ja, weil ich das Ding da angeschlossen hab. So, wir brauchen Mülleimer. Ähm, hier. Noch eins. Au, 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 au. Und da noch eins. Ich muss da aber per Hand befüllen. Wir müssen das sowieso mal irgendwie so regeln, dass wir diese ganzen, ähm, Sterling Generator hier unten in einer Reihe aufbauen. Und nach oben halt, äh, die Energy Capids machen und da drauf dann die ganzen Maschinen bauen. Aber das werde ich dann irgendwann offscreen machen. Denn das ist ne Heidenarbeit. Kann ich mir vorstellen. Cassie, du brauchst das auch bloß in die Kiste schmeißen. Auch denk dran. Wenn das nie eigentlich... Ja, aber da hab ich sowieso nichts zu tun. Deshalb mach ich das jetzt einfach so. Ja, aber da hab ich sowieso.